Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf TeleFootball zum nächsten Stadionblog. Letzte Woche war ich ja noch in vier Zweitliga-Stadien unterwegs, dieses Wochenende in einem. Und das ist ein ganz wichtiges Spiel, vor allem eben aus Schalker Sicht. Denn wir empfangen heute Mittag Hannover 96, eine richtig gute Truppe. Und wir haben nicht so eine gute Truppe und müssen langsam wirklich mal Punkte sammeln. Aktuell ist die Angst vor Liga 3 auf jeden Fall da. Ja, letzte Woche gab es extrem krasse Szenen nach Abhilfe und somit weiß, glaube ich, jeder um die Bedeutung des heutigen Spiels. Hoffentlich auch unsere Spieler, denn die müssen liefern. Ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre im Stadion und wir machen uns jetzt auf nach Gelsenkirchen. Aber bevor es so richtig losgeht, erstmal einen schönen Kakao geholt mit Keks und dazu noch ein schönes Schokobrütchen. Shitwetter draußen und jetzt geht's los. Shitwetter draußen und jetzt geht's langsam auf Richtung Stadion. Auf den Straßen ist sehr viel los, auch auf der Autobahn schon einige Fans aus Hannover gesehen. Ist natürlich jetzt auch für die nicht so eine ganz weite Anreise, sicherlich plus Samstagmittag. Aber ich denke mal, da werden sehr viele vor Ort sein. Auch viel Polizei hier gerade in Gelsenkirchen schon. Bin sehr gespannt, wie es auch stimmungsmäßig von beiden Seiten wird. Hannover spielt ja bislang eine richtig gute Saison, sind im Aufstiegskampf mit dabei, spielen guten Fußball, haben eine super Truppe zusammen. Das Selbstvertrauen ist groß und bei uns ist es halt komplett andersrum. Bislang läuft es ja auch für uns in der Saison noch nicht allzu gut. Deswegen habe ich heute mal ein Ritual bei mir vom Spieltag gewechselt. Ich hätte sonst immer nur für das Schalke-Spiel eine blaue Boxershorts und die habe ich heute mal weggelassen. Also ich habe eine andere. Vielleicht hilft das ja etwas. Denn aktuell muss man ja auf Schalke jeden kleinen Strohhalm nehmen, um es vielleicht wieder hinzukriegen. Karel Gerraths ist sicherlich für viele irgendwie dann noch die Hoffnung. Hoffentlich wird er unsere Mannschaft erreicht haben in den vergangenen Tagen. Denn ansonsten gibt einem Schalker aktuell, finde ich, wenig Hoffnung. Also weder irgendwelche Spieler, irgendwelche Interviews. Gut, diese Woche gab es auch einen Maulkopf für die Spieler. Es gab keine Interviews vor dem Spiel. Und es ist schon eine sehr brenzlige Situation, meiner Meinung nach. Also ich finde auch von den Verantwortlichen bekommt man noch nicht das Gefühl, dass das verstanden ist. Denn man darf ja auch nicht vergessen, was da alles dran hängt. Also dritte Liga ist finanziell für diesen Klub nicht stemmbar. Wir haben ungefähr 400 Mitarbeiter, wovon einige dann entlassen werden müssten. Und das muss man halt dann wirklich mal verstehen. Also da geht es nicht um irgendwelche Millionäre, die Fußball spielen, sondern um ganz normale Arbeitnehmer und um diesen gesamten Verein. Deswegen ist es eine sehr brenzlige Situation. Das Gute ist, das war auch gestern Abend wieder zu sehen, Osnabrück, Braunschweig. Auch die haben große Probleme. Das könnte aktuell zumindest mal unser Glück sein, nicht auf die letzten beiden Plätze abzurutschen. Aber ja, wir haben halt jetzt schon fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Also es müssen Punkte her. Die Mannschaft muss irgendwie zeigen, dass sie was kann. Und heute wird es Zeit. Denn die Stimmung hier, auch bei uns Fans, ist ja sicherlich endgültig letzte Woche mit dem Spiel gegen den KSC gekippt. Ich denke mal, heute wird der Supporter zu Beginn auf jeden Fall da sein. Und es hilft halt jetzt nichts, das irgendwie einzustellen oder sonst was. Die Mannschaft braucht das. Es braucht Support. Und den wird es auch geben. Aber wenn das an den ersten fünf bis zehn Minuten nicht läuft oder gar nichts von der Mannschaft kommt, dann wird es sicherlich auch sehr schnell in die andere Richtung gehen. Also es könnte heute wirklich ein Spiel sein, was dahingehend echt interessant ist. Da hinten ist auch der Auswärtsparkplatz für Hannover 690, wo sicherlich schon viele sind. Und deswegen auch sehr viel Polizei hier vor Ort. Wunderschön. Endlich wieder Fußball auf Schalke. Letztes Heimspiel war ich ja noch im Urlaub gegen die Hertha. Gegen Magdeburg das letzte Ziel gewesen. Und jetzt endlich wieder. Ich freue mich. Denn ich glaube, trotz der schwierigen sportlichen Situationen freut sich jeder Schalker, auch heute wieder hier sein zu können. Heute auf jeden Fall um die Uhrzeit echt alles noch entspannt hier. Und da kommen einige aus Hannover. Attacke Richtung Eingang. Und dann gleich endlich wieder im schönen blau-weißen Wohnzimmer. Hier ist ja erstmal nochmal eine neue Baustelle. Als hätte Schalkes Verein nicht schon genug Baustellen. Naja. Letztes Heimspiel gegen Hannover war ja in unserer Aufstiegssaison. Da haben wir dank Itakura und Salazar mit 2 zu 1 gewinnen können. Das war auch damals ein Spiel unter Mike Büsgens. In Hannover damals der 1-0 gewonnen. Das Minute durch Marcin Kaminski. Vielleicht ein ganz gutes Oben. Denn gegen Hannover haben wir oftmals gute Spiele hingelegt. Vielleicht ja heute auch. Jetzt geht es erstmal eine gute Stunde vor Anpfiff zu den Kiosken. Essen, trinken. Immer wieder schön auf Schalke. Die Bratwurst habe ich ja fast schon vermisst in den vergangenen 4-5 Wochen. Endlich wieder eine schöne Bratwurst auf Schalke. Und dazu Felddienst. Schön. Traumhaft. So kann es auch losgehen am Samstermittag. Wunderschön. Stadion bislang noch relativ leer. Ich habe auch vorhin falsch gelegen. Nicht eine Stunde vor Anpfiff, sondern eineinviertel Stunde vor Anpfiff. Hannover ist aus S-Block. Ja, der fühlt sich so langsam. Das Stadion ist ja heute auch nahezu ausverkauft. Zumindest waren glaube ich alle Tick ins Weg. Anschlusszeit am Samstagmittag 13 Uhr. Sicherlich schon früh für die einen oder anderen. Deswegen kommen vielleicht noch ein paar Minuten später heute als sonst. Und trotzdem sicherlich bis zum Anschluss. Vollhütte hier. Und dann noch Vollgas. Und jetzt geht es die Bratwurst ohne Senf auf Schalke. Was heißt auf Belgisch? Viel Glück. Schmeck. Auf Schalke ist vorm Anpfiff immer so eine Möglichkeit für Fanclubs auf das Tor zu schießen. Und dann eben dann noch die Kronkorken abzuschießen. Im besten Falle. Und dann kriegst du am Ende, wenn du gegen einen anderen Fanclub gewinnst, eine Kiste Bier für deine Rückfahrt. Und ein Fanclub ist heute aus den Niederlanden oder aus Belgien. Eins zum beiden. Also, sehr geil. Immer wieder schön, diesen Akzent hier zu hören. Ja, komm. 2-2 sind entschieden. Als Erster auf dem Platz Mike Müsgens als Co-Trainer hier. Noch eine Minute, dann gibt es die offiziellen Aufstellungen. Ich bin sehr gespannt, was Karel Gerrads geändert hat und vor allen Dingen auch, wie viel er geändert hat. Denn ich denke mal, nach dem Spiel letzte Woche gegen den KSC, kannst du fünf, sechs Spieler eigentlich sogar rausnehmen und vielleicht mal einen neuen frischen Wind reinbringen. Ich hoffe, er macht es wirklich, um tatsächlich mal was zu verändern. Jetzt ist die Aufstellung da. Und ja, Karel Gerrads verändert ordentlich was. Ralf Ferma bleibt im Tor. Dann gehe ich von der Dreierkette aus. Kaminski links, Matriciani rechts und Kalas zentral. Ich hätte eher mit Cissé gerechnet. Linke Seite, Mörkin, finde ich auf jeden Fall richtig. Rechte Seite, Jubias Mohr. Wenn es eine Dreierkette ist, bei einer Viererkette wohl sicherlich eher Matriciani rechts hinten und Mohr links außen. Doppel 6, Schannenberg und Tempelmann, Drexler davor. Und Doppelspitze haben wir Lassme und Karamann. Simon Tirodde nur auf der Bank. Also Karel Gerrads mischt ordentlich durch, aber auch richtig so nach dem Debakel von Karlsruhe. Wir haben nämlich insgesamt sechs Startelf-Veränderungen. Auf Schalke Inside haben wir auch immer eine mögliche Startelf besprochen. Da bin ich von fünf Änderungen ausgegangen, was ich auch schon als viel erachtet habe. Und jetzt sind es sogar sechs. Aber meiner Meinung nach komplett richtig so. Hannover heute übrigens in dieser Startelf. Ich glaube, das ist dieselbe wie in der Vorwoche, als ich ja selber auch in Hannover vor Ort war. Mit vier ehemaligen Schalkern. Cedric Teuchat, Top-Torschütze im Sturm, hat schon sechs Elfmetertore geschossen. Also bekommt Hannover heute einen Elfmeter sehr wahrscheinlich drin. Kunze hat mal in der Jugend bei uns gespielt. Phil Neumann kennt sicherlich auch noch einige. Und auf der Bank Brooklyn Ese. Vier Hannoveraner sind ehemalige Schalker. Generell für mich macht Hannover unter Stefan Leitl wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Spielstarke Mannschaft, die uns, glaube ich, in der Defensive schon extreme Probleme machen kann. Ich hatte vor dem Spieltag 3 zu 1 getippt für Hannover. Dem wählt aktuell der Glaube an diese Mannschaft. Die muss jetzt heute erstmal liefern. Ich bin sehr gespannt, ob die Fans vielleicht zu Beginn ein bisschen ruhiger sein werden. Erstmal abwarten werden. Das wird schon echt interessant heute. Die Mannschaft muss liefern. Bei dieser neuen Pilten-Ausstellung, ja, Risiko ist dabei. Vielleicht wird es ja was. Ringmeister-Torhüter Ron-Robert Zieler kommt rein. Die Mannschaft kommt. Jetzt bin ich gespannt. Unser Team kommt. Unsere Mannschaft ist bereit. Und hier ist sie. Die Mannschaft des 13. Klubs von der ganzen Welt. Das ist FC Schalke. Ja, es war schon mal lauter. Ja, ich glaube, man merkt auch selber an den Spielern. Erstmal liefern und dann. Und dann. Also der Support ist da. Er war nur schon mal lauter beim Rauslaufen. Ist aber auch vollkommen verständlich, meiner Meinung nach. Ja, schon ruhig hier. Also ich kann ganz gemütlich erzählen. Weil es noch nicht ganz so laut ist. Also beim Einlaufen von den Ultras kam noch nichts. Auch keine Fahnen. Also es werden gerade ein paar geschwungen. Aber auch nicht viel mehr. Ja. Wir gucken mal. Aber ich mag es eigentlich auch. Wenn es vorm Angriff ein bisschen angespannt ist, dass auch jeder Spieler merkt, es geht hier um was. Und es geht um viel. Letzte Woche bei der fast genau gleichen Aufnahme habe ich gefragt, ob das die Truppe ist, die gewinnen wird. Heute frage ich es auch. Ist das unsere erste Hälfte? Die ist packt heute mal drei Punkte wieder zu holen. Nach vier Pleiten in Serie. Letzter Sieg war ich selber hier gegen Magdeburg. Was gerade ganz interessant ist bei genau diesen Übungen. Da sieht man immer schon ganz gut, wie man spielt. Und hier ist jetzt die Dreierkette mit Kallas rechts, Kaminski zentral, Mörkin links. Und hier ist nämlich Tobias Morde links aus und Matriciani der rechts aus. Also als Schienspieler. Mal gespannt, ob das dann wirklich so ist. Aber an sich kann man halt genau das beim Training oder beim Bar machen schon sehr gut sehen. Also Kallas, Kaminski, Mörkin Dreierkette würde mich aber schon sehr überraschen. So, oder? Ist das auch betrieben. Fünf. Und? Wir kommen so langsam, aber sicher natürlich auch zu den Mannschaftsaufstellungen. Wir fangen wie immer an mit den Gassiö. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf, uns auf. Glück auf, Glück auf. Oh, Attacke. Wir wollen heute natürlich nach der ganzen Zeit mal wieder bei uns aufschüttet. Es ist die Schalke. Im Tor beginnt. Die 1, 2. Feuerball. Die 1 und 2. Ich habe 40. Teddy. Patrick, ich werde dich. Und unser Coach zum 1. Mann. Ein Spiel hier. Und singt jetzt gegen Karel. Karel. Blau und weiß. Willi, bitte ich. Hans-Maus-DJ. B-J. Blau und weiß. Wie lieb ich dich. Tausend Freuer in der Nacht haben uns das große Glück gebracht. Tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der FC Schalke voll Sonntag gehen. Support ist da. Oh, get out. Attacke. Abosh. Hih-manas! Wim du schhedst fascierst! Bier boi, בuoo, wim du schhedst! Wim du schhedst! ничего! Ich rufe! Das. Ach. Ich rufe! Raúle. 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 Schalalala! 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 Schalke! Okay, auf drei Punkte. Oh, komm! Oh, weiter! Goal! Attacke! Goal! Super, der Schalke! Schalalala! Oh, zurück! Oh, genau so! Oh, leh, oh, leh! Oh, leh, oh, leh! Die ersten zehn Minuten rum. Einsatz stimmt. Stimmung stimmt. Stürmer fehlt ein bisschen. Oh, das dauert alles so lange. Oh, das dauert alles so lange. Oh, das dauert alles so lange. Ich brauche nichts, das ist einfach nur schlecht. Mann! Schalke! Du, hier, Schalke! Schalke! Du, hier, Schalke! Schalke! Du, hier, Reine! Ja, mal ein Abschluss. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tor für Schölk. 0-4. Torschütze, der Spielerbiede, Neue Frey. Lasst mal. Neue Spielstabung Schölk. 1. Es gibt Applaus. Durchatmen in der Halbzeitpause. Wir führen mit 1 zu 0. Hannover hat deutlich mehr vom Spiel. Wir machen uns aber teilweise defensiv selber gefährlich durch unser Kurzaufbauspiel da hinten. Und ansonsten spielt natürlich Hannover extrem über ihre linke Seite. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal interessant. Nach vorne war es meiner Meinung nach deutlich zu wenig von uns und trotzdem führen wir. Das ist erstmal die Hauptsache, auch wenn es alles andere als schön und richtig gut ist. Aber egal, wir führen mit 1 zu 0. Darum geht es. Mal gucken, wie es in der Halbzeit 2 weitergeht. Und hier knallt die Sonne echt ordentlich hin. Also rein geht es jetzt mal Richtung 2. Halbzeit. Nächste Woche ist ja auch das große Fantreffen mit dem 1. FC Nürnberg bei uns am Zweitligaspiel. Und auch ich bin nächste Woche vor Ort. Also auch da wird es wieder einen schönen Stadionblock aus Nürnberg geben. Keine Wechsel. Weiter geht es. Noch ein bisschen mehr muss da kommen. Sonst wird es hart gegen gute 96er. Attacke. Die Junge ist frei! Meine Fresse! Das ist... Es ist komplett frei. Es ist so schlecht. Run! Run! Oh man! Sehr schön! Oh man! Sie ist der Tor! Okay, schön! Sie ist der Tor! Danke an Andreas Bryan! Ich bin jetzt neu auf dem Sankt Grün mit der Nummer 9, Simon! Zwei Rolle! Wow! Ja! Jaaaa! 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 Jaaa! Jaaaa! Jaaaa! Torschütze, der Spieler mit der 10, Ligo! 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 Oh, es war wieder! Oh, es war wieder! Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Feierabend im Stadion und jetzt geht es nochmal auf dem Weg zum Auto. Also, eine schöne Currywurst! 0,4! So, das war es also hier und heute aus Gelsenkirchen. Wir haben mal wieder gewinnen können. Das letzte Mal war vor gut anderthalb Monaten, glaube ich, gegen Magdeburg und nun haben wir wieder drei Punkte mehr auf unserem Konto. Wir bleiben damit 16. Da müssen wir, glaube ich, jetzt stehen, weil wir ja fünf Punkte Rückstand hatten auf die Nicht-Abstiegsplätze und es bleibt auch meiner Meinung nach komplett dabei. Nur darum geht es, erstmal nicht abzusteigen. Klingt vielleicht, boah, Junge, was war das denn? Klingt vielleicht komisch. Aber, so, zurück zur Ernsthaftigkeit. Es geht nur darum, die Klasse zu halten. Wir haben bislang einen desaströsen Saisonstart hingelegt und müssen liefern. Ich fand auch heute unsere Leistung nicht überragend. Also, wir hatten nach vorne hin in der ersten Halbzeit Riesenprobleme. Das war für mich nahezu gar nichts. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Und hinten, ja, hatten wir, finde ich, auf jeden Fall das Glück, dass Hannover nicht den besten Tag erwischt hatte. So, nächste Woche geht es für uns dann weiter nach Nürnberg. Auch da bin ich vor Ort. Für Hannover geht es nächste Woche weiter gegen Braunschweig. Derby steht an. Auch da bin ich vor Ort. Also wird nächste Woche zwei sehr coole Stadionvlogs geben. Heute der, ja, ist hoffentlich auch wieder ganz cool für euch. Denn wir haben drei Punkte mehr auf unserem Konto. Nicht mehr, nicht weniger. Eure Meinung zum Spiel und zum Vlog könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball!